Die Dillic. Hobolt Games. Erstmal viel Spaß bei The Journey of a Roach und den lustigen zwei Karkalaken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich weiß, warum ich solche Spiele mag. Ich bin auch noch ein Kind. Ich bin auch noch ein Kind. Man sieht sofort, wie er es gemacht hat, finde ich auch immer. Mir gefällt die Musik. Da ist es und wir sind drin, wir sind drin, wir sind drin, wir sind, so, okay, okay, also das wird heute was Spannendes, ich muss nämlich auch auf den Kopf laufen, Leute, okay, ich glaube wir müssen, oh Gott, ich versuche meinen Kopf immer mitzudrehen, so, jetzt wollen wir mal gucken, ich muss mal mein Mikrofon so ein bisschen wegtun, so, Kamera steht noch gut, die lassen wir so, jetzt gehen wir mal hier, was haben wir hier, nehme ich die, muss ich noch drücken, ah, okay, mit E macht man hier oben das Menü auf, okay, Alex, danke schön, Hi, guys, einen wundervollen Abend, Mr. Dex, viel Spaß beim Rezept. So, wir gehen, wo müssen wir jetzt, geht's nicht? Okay, man kann auf den draufdrücken, müssen wir, glaube ich, bestimmt nachher auch was machen, eh, muss ich merken, äh, Lupe, was ist das? Okay, ich glaube, das wird wohl sein, dass wir, ach, guck mal, hier ist die Karte, die wir belaufen, ach, das ist ja cool, also, das sind die, die Videosequenzen, oder was, die man nochmal abspielen kann, oder wie, das ist ja lustig. So, dann wollen wir mal nicht das drücken, so, jetzt wollen wir mal hier rein, hallo, kann ich mit dem Quatschen, nee, wir müssen das Schloss aufmachen. Ich finde das, ich finde das, ich finde das, ich bin Spiele sowieso, ähm, ist egal, was für Spiele es sind, also, wir müssen das noch gar nicht, Horrorspiele könnten sogar auch so sein, aber, ähm, ich mag Spiele, wo nicht gesprochen wird, wo es einfach nur mit Zeichen, mit Zeichnungen gemacht wird, das finde ich einfach supi. Ich will den ja rüberziehen, aber, er macht's nicht, achso, einfach nur drücken, okay. Ich merke schon, das sind zwei Helden, einer dumm und der andere dümmer, ich merke das schon. Okay. Wir, wir werden jetzt erstmal hier diese, diese Einleitung, die Eierleitung, äh, spielen und dann werden wir mal gucken, wie, okay, Hebel, oh Gott, auf den Kopf dreht sich das immer alles. Aha, Hebel betätigen, indem wir das Wasser abstellen. Okay, kann ich hier so lang? Haha, okay. Okay, gut. Huch. Dankeschön, danke schön für das Geschenk. Oh, der steht auch genau davor. Ich merke schon, das wird schon, das ist schon, mein, mein Kollege ist totaler Held. So, das hier kann man, glaube ich, mitnehmen, ich weiß nicht, das ist das Connectables, ich denke schon, ne? Okay, hier kann ich nicht rein. Oh Gott, es ist, man dreht sich, die kann automatisch mal mit auf den Kopf. Was mache ich hier mit? Okay. Knochen mitnehmen. Die Augen. Was müssen wir machen? Okay, hier ist es vielleicht? Ne. Ja, da, da ersaufen wir. Ich glaube, ich muss den Hebel einfach vielleicht abmachen. Oder so. Hm. Ich bin mal gespannt. So, wir gucken mal. Kann ich den Hebel? Nein. Achso, den Knochen. Hahaha. Wir können auch den Knochen nehmen und den hier vorne reinstopfen. Passt. Juhu. Okay. Kann man hier was machen? Ne. Oh Gott, das mit dem auf den Kopf drehen, das ist schon mal... Oha. Ich glaube, äh... Ich glaube, da sind Kopfschmerzen... Oh Gott, vorausgesehen. Ich finde die Animation immer so schön, die kleinen Videosequenzen. Der Ausgang! Das hat sich so ein bisschen angehört, wie Dex damals in der Schule mit der Blockflöte gespielt hat. Oh Gott, äh... Oh Gott, äh... Oh Gott, äh... Das Spiel ist zu laut. Das Spiel ist zu laut. Ich kann auch noch was leiser stellen. So ein bisschen hier. So. Voll schön gemacht. Ich finde voll gut. So. Ähm... Das... Das... Kann ich das nutzen? Ach, statt... Scheiße, ich ist ja... Ich muss hier alles... Äh... Von oben, von unten, von allen Seiten... So, jetzt muss ich mal gucken. Kann ich hier was machen? Hm... Hm... Der Besen... Ah ja, so... 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 Die Saugglocke. Hm... Was machen wir mit der Saugglocke denn? Was mache ich mit der Saugglocke? Was mache ich mit der Saugglocke? Gucken wir mal. Wir Saugglocke rieren ihn zurück. René, dankeschön. Hm? Komm ich nicht hin. Okay. Also er muss natürlich ganz... Auch noch hier... Ich weiß nicht, mein Bruder? Mein Kumpel? Der muss natürlich... Der ist das echte Held. Das sehe ich sofort. Okay. Vielleicht mal mit dem Ding die Türe aufmachen? Ne. Kann ich noch irgendwas nutzen? Den Besen? Ah... Okay. Hier ist auch was. Klebeband. Ich würde schon fast sagen, das ist ein amerikanisches Spiel. Die Amerikaner brauchen mindestens... Kann man kombinieren? Aha! Und nun? Ne? Ah, der fällt da runter. Hm... Ich muss ja vorher was hier hinschieben, oder was? Hier irgendwas, was ich nutzen kann? Was kann ich denn sonst mit dem Ding jetzt hier machen? Ach, andersrum vielleicht auf dem Kopf. Mal gucken. Auf dem Kopf vielleicht wieder was. Oh Gott! Ach so, ich kann noch mehr kombinieren? Tada! Tada! Hm. Hm. Oh Gott. Aber es lässt sich super gut steuern, Leute. Es lässt sich echt gut steuern. So. 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 Das würde ich dem ins Gesicht hauen. Was? Eins? Ja? 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 Sag mal, macht mein Kollege einmal was richtig? Hm. Ich glaube, das wird wieder ein schönes Spiel. Oh, hier kann man nicht hoch, ne? Oh doch. Kann man hier hoch? Oh, jetzt geh ich hier rein. Oh. Ich glaube, hier ist Spinny. Oh Gott. Oh mein Gott. Wir haben die Fliegen freigemacht. Voll gut, die Animation, das Ganze ist ein bisschen aufgebaut wie ein kleines Zeichen-Comic-Heft. finde ich sehr schön okay wir gehen erst mal über den kopf so wir müssen die fliegen einfangen kann ich nicht wie kann ich das denn sonst machen vor allem die babys eine spinne hat fliegen babys futterlapf ein schlüsselteil brauche ich hier irgendwas brauche ich okay guck mal weiter wenn ihr irgendwas seht was ich nicht sehe kinderspiel sachen ein auto was mache ich denn jetzt mache ich das hier rein oder was ich habe keine ahnung das ist die taste was kommen hier noch nehmen hier okay kleber so gut ist die kinder ein festzukleben hier darf ich nicht hin oder und darf ich das was ich kriege ich kriege hier kein ärger alles klar okay und ich komme auch rein nicht dass ich hier wieder zurück muss weil okay die fliegenklatsche ja fliegenklatsche wäre ganz gut pass auf hier sind auch irgendeine teile vielleicht hier da dran da hier du hierhin hm okay hier kann man noch an die ich kann überhaupt nichts mitnehmen bis auf das flugzeug ich muss bestimmt noch irgendwas nehmen was ich nicht sehe das blatt mit dem kleber kombinieren würde ich gerne machen ich kann aber dass das das kleber den kleber nicht mitnehmen weil ich kann ich hier rein stecken nö hier drauf hier 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 auch nicht ein nadel fehlt mir ein nadel fehlt mir bei der tür bei der tür bei der tür war noch was bei der tür war ein nagel ne das sind auch puzzleteile die ich noch nicht da muss ich irgendwas kombinieren was auch wir müssen mal wir gehen mal weiter in dem ein zimmer hier hier ist noch was irgend so ein kinderspick das sind glaube ich die ganzen spiel sachen von denen oder kann ich hier so hoch okay man kann ich ja nicht hoch kann ich die türe hier rein auch nicht hier oben komme ich nicht hin das sind glaube ich die ganze spiel sachen irgendwie irgendwas was ich noch mitnehmen muss die teile muss man kombinieren ja ich denke mal schon guck mal hier ist das eine spindel da ist die spindel die spindel für das für das für die nährmaschine so pass auf das hier drauf oh nicht noch ich mir fehlt irgendwas noch gucken wir mal kann ich nicht wie kombiniere ich das gucken wir jetzt hier mal ich habe keine ahnung wir scheitern schon beim ersten rätsel irgendwas fehlt hier noch kann ich das hier mitnehmen ne seht ihr noch irgendwas was ich nicht sehe gehen wir mal ganz kurz zu sehen da hier hin vielleicht muss ich hier so gehen und das so rausziehen ne kann ich das spielzeug hier hinhängen die teile müssen kombiniert werden ok was sagt uns das hier wo sind wir das sind wir hier da ist das fragezeichen dass hier noch was ist also irgendwo muss noch was rumliegen irgendwo ach hier ah nee das ist die fliege unter dem bett ok ok oh mein gott ach hier oben der nagel da oben da komme ich nicht hin ich musste glaube ich hier so hier so äh hier wo ist der nagel wo war der da ach guck mal hier ist auch noch was ach das ist dieses collectable zeugs wo war der nagel nicht eben gerade hier ach hier ist er oh jetzt habe ich was kaputt gemacht ist ja nicht meinstimmer ist ja nicht meinstimmer ich habe nichts damit zu tun so jetzt habe ich hier was kaputt gemacht vielleicht kriege ich ja noch was nix ok es wird aber eigentlich immer angezeigt was man was man hier aufheben kann man müssen nur ein bisschen immer darauf achten was wir hier sehen so einmal der nagel so einmal die spindel nein der faden in den topf wir können wir müssen sowieso mal versuchen wir müssen sowieso mal versuchen ich gucke ein bisschen ganz nach ran ne so äh hier willst du was haben hier rein äh das nicht warum nicht der faden auf das was fehlt uns denn jetzt ich guck mal ganz kurz wir uns wird glaube ich auf der karte mal ne das fragezeichen hatte ich hier schon eben gehabt müssen wir vielleicht wieder zurücklaufen ich bin mir nicht so sicher ich bin mir nicht so sicher vielleicht kann ich das was soll denn das sein für Zeugs das achso eine kann ich aufheben ok kann ich die vielleicht kombinieren ok die erste ist drin vielleicht fällt dir jetzt was runter ok mit das hier kombinieren das hier kombinieren auch nicht vielleicht hier oben am haken Ah, und jetzt? Und jetzt? Ah, jetzt das Zumachen. Ah, danke für die Hand. Großes Trinken. Danke Dex und Community für lustige 16 Monate. Rotes Herz, rotes Herz, rotes Herz, rotes Herz, rotes Herz, rotes Herz. Bleib so verpeilt wie du bist, Dex, rotes Herz, rotes Herz, rotes Herz. Ich geb mir Mühe. Ach, Mono, das weiß ich noch nicht ganz genau, wann wir wieder einen Horror-Stream machen. Müssen wir mal gucken. So, das können wir jetzt nähen bestimmt. Und jetzt die Spielsachen da rein vielleicht. Äh, jetzt kommt schon mal eins. Nicht. Zwei. Drei. Vier. Oder, oder, vielleicht gebe ich das dem Tier. Und der fliegt dann da so rein, oder was? Hm. Jemand, ne Idee? In den anderen Raum rein. Das wäre vielleicht auch ne Idee. Aber wie? Ich komm hier nicht hoch. Ich kann die Wand hier nicht hochklettern. Und von der anderen Seite, weiß ich gerade nicht. Wir haben das Bild ja runtergerissen. Irgendwas ist bestimmt noch hier. Nee, hier kann man nicht lang. Kann ich vielleicht hier lang? Nicht, okay. Was muss ich denn mit den Spielsachen machen? Hm. Gibt's hier vielleicht noch irgendwas zu holen? Jetzt kann man noch gucken, was man hier... Nee, hier ist nichts. Oder? Nee. Oh Gott. Kann ich hier irgendwas machen? Der bleibt ja auch immer hier stehen. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass man mit der Rampe was machen muss. Vielleicht muss ich hier vorne das Flugzeug hinstellen, damit der auf dem Flugzeug da reinfliegt, oder sowas. Hab ich mir gedacht gerade, aber es ist... Hm? Genau, die Fliege muss immer die Rampe, vielleicht muss ich die Rampe selber schieben. Nee. Aber wir können die Maschine ja mal nutzen. Wir müssen noch was machen. Ich hab nur keine Ahnung was. Sag mir, du musst doch was machen. Ich glaub, ich stand grad Glückspilz an... Was kann ich denn jetzt nicht da rein tun? Achst, ach. Ich musste ja so reinschieben. Okay. Ich musste einfach vor der Rampe stehen und dann hab ich die da reingejagt. Oh, da hab ich was bekommen. Katzenfutter ist das, ne? Da kommt die Katzenfutter, Katzenfutter klar in Detail hier. Das sind ja schon mal Sachen, die kriegt sogar... Dosenöffner, ach, okay, Dosenöffner hier. Juhu! Jetzt komm, wir kommen langsam raus aus dieser Ecke. Was an die Kakerlake wird dann niemals zu sagen. So. Ich hab sie, die kleine Scheißerl. So. Irgendwas muss ich mit der... Komm, gib mir den Rest. Also immer, wenn man was tut, dann schmeißt die was hin. Das ist wichtig. Könnt ich das wieder mitnehmen? Ich find das voll schön, ne? Ja, Lujan. Ich find diese Spiele voll schön. Wie gesagt, letztes Mal bei dem schönen Spiel, was wir letztes Mal hatten, sind ja viele gegangen. Das ist eigentlich nicht so... Was halt nicht so schlau ist, aber es ist schade, ne? Äh, das hier rein? Nee. Das? Nee. Das... Was kann man mit dem Ding... Man kann doch hier mit... Das Ding schneidet doch, oder? Vielleicht kann ich hier was mitmachen. Nee. Ah, hier vielleicht? Schneiden wir am Papier? Nee. Einpacken. Die Maus. Ich find das so... Ich glaub, so nach 20 Millionen Mal, wenn die Hähne sagt, dann wird man wütend. Muss ich was... Uh! 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 Gut! Gibt's einen Schalter für den... Es gibt doch bestimmt einen Schalter, oder? Oder ein Stromkabel? Ich hab irgendwie das Gefühl, dass wir hier gleich rein müssen. Denk ich mir. Kreissäge zur Tür. Hier? Ich hab keine Ahnung. Das ist schon krass. Wir sind im ersten Raum. Mehr oder weniger im ersten Raum. Hier. Hm. Ich klicke gerade überall drauf. Hm. Wir haben jetzt das bekommen. Für was ist das denn bitte? Ich hab irgendwie das Gefühl, wir müssen da oben am... Wir müssen in die nächste Fliege fangen. Und das ist die hier oben. Die hier. Ich? Hab nichts damit zu tun gehabt. Vor allem, wie der so jetzt zersteht. Geht so. Ich hab gar nichts damit zu tun. Wo war der? Daran. Ach, guck, ist der Raum frei. Was ist das? Handschuhe. Box-Handschuhe. Okay. Äh, hier. Einen Trichter. Kann man hier vielleicht hier hoch? Nee. Kann man hier die Teile auch noch mitnehmen? Nicht. Okay, das war's. Ach, hier geht's auch noch. Ach nee, das waren wir eben auch schon. Okay. Kann man hier noch was machen? Oder hier? Die Gegensätze Richtung hoch? Nee. Vielleicht kann man hier an der Seite vorbei. Ah, doch, siehst du. Müssen wir nicht aufpassen. Ein Pinsel für die Farbe? Ich würde... Ja, doof. Nein. Komm da wieder raus. Äh. Was? Das? Äh. Das? Und? Nee. Ach nee. Wo ist es? Das? Hier? Doch nicht. Also... Kann man das eine... Das kann man nicht... Also, man kann vielleicht zwei Sachen zusammen. Und das? Und das? Geht nicht? Weil ich das passt hier rein. Kann ich die kombinieren? Das mit das? Das mit dem? Da fehlt doch was. Was ist das hier? Waschpulver. Oh Gott. Flugzeug sieht es aber auch ein bisschen so nach dem Teil aus. Vielleicht kann ich... Da fehlt was. Hier kann ich nichts reintun. Ja, aber vielleicht zusammenkleben, ja? Vielleicht. Hier kommt noch was öffnen, habe ich gesehen. Ich gehe mal versuchen, das Ding zusammenzukleben. So... Kommt man hier am schnellsten... Aber ich sage, ich muss jetzt immer hier den ganzen Weg laufen, oder was? Kann ich hier lang? Will ich hier an der Seite lang? Ja, super. Gut. Jetzt versuchen wir mal. Le Pinsel. So. Kleber haben wir gemacht. Dann... Dann... Vielleicht hier irgendwas aufkleben? Ah, jetzt kann ich die Handschuhe jetzt nehmen? Der Kleber... Wofür brauche ich die Handschuhe denn? Der Kleber ist das, damit jemand da drüber läuft, oder was? Oder muss ich hier vielleicht... Ich habe keine Ahnung gerade. Ich versuche gerade mal mein Glück. Hm, vielleicht Flugzeug, ja? Das habe ich noch nicht getestet gehabt. Nicht. Okay. Ich glaube, der muss... Die Fliege ist genau da drüber. Die muss hier drunter fallen, und dann klebt die in dem Kleister fest. Kann ich hier eigentlich nochmal dran? Nee. Wie kriege ich die da runter? Oh mein Gott. Ich merke das schon. Wir werden hier lange, lange an dem Spiel sitzen. Schlagen. Ja, aber die Fliege ist sofort weg. Waschmittel. Ah, Waschmittel, die Waschmaschine. Oh mein Gott. Ist ja, ist eigentlich logischer als logisch, aber darauf kommt man ja heutzutage nicht mehr. Das ist ja ein Rätselspiel. Da kommt keine, kein Waschmittel in die Waschmaschine. Da stehst du das einfach gerade mal. Ich habe irgendwie keine Ahnung. Die ist da drin. Was ist denn das Video eigentlich? Das Video-Zeichen immer. Oh nein. Das ist das, was wir schon gesehen hatten. Okay. Sonst gibt es hier nichts mehr zu holen, oder? Oh nee. Hm. Ah, doch, warte mal. Oder? Kann ich von hier dran? Hm. Genau, heutzutage kommen die Pätzchen in die Waschmaschine. Kein Waschmittel mehr. So. Was kann ich hier machen? Vielleicht die Fliege irgendwie? Äh. Wo ist denn die Fliege eigentlich hin, die weggeflogen ist? Da war doch eine Fliege, die weggeflogen ist jetzt. Wo ist denn die hin? Gibt's hier? Nichts. Hm. 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 Ah. Ah, die ist irgendwie da hingekommen. Weißt du gar nicht. Ah, die hat so... Ach so, ich hab die Handschuhe jetzt, weil die so Stacheln hat. Okay. Die klebt jetzt an meinen Handschuhen fest. Hä? Wo klebt denn die jetzt fest? Die klebt an mir fest. Wie krieg ich denn das jetzt ab? Soll ich mal in die Waschmaschine gehen? Vielleicht können wir ja in die Waschmaschine. Ich weiß es nicht. Kann ich hier draufklicken? Keine Ahnung. Wir gehen jetzt mal zur Waschmaschine. Yes. Okay. Jetzt müssen wir aber noch das letzte Rätsel lösen. Ach, das kriegen wir jetzt bestimmt. Das kriegen wir jetzt von Naomi wieder. Vor allen Dingen hab ich noch Handschuhe an. Hoffentlich zieh ich die gleich wieder aus. Das sieht ja schrecklich aus. So. Ach nee. Hier. Öhmchen. Number... Was war das? Number three, ne? Nein, gib mir was. Gib mir was. Scheiße, gib mir gar nichts mehr. Oh Gott. Was? Was? Wo kann man den Trichter denn nutzen? Der Trichter, der Trichter sieht doch... Ach komm, der sieht doch genauso aus. Der Trichter passt doch genau in das Loch hier vorne, in das Rätselloch. Aber habe ich das nicht eben schon versucht? So, nochmal. Guck mal, der Trichter passt nämlich... So, der Trichter passt hier hin. Dann habe ich die Maus. Okay. Dann... Ich brauche hier links und einen rechts. Es sind aber alle links. Nee, gar nicht. War hier... Und hier... Flugzeug. Ach nee, und dann hast du... Da war ich ein blödes Vieh, du. Ab zur Spinne. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ja. Boah, mir drehen die Augen gerade vom... Vom hin und her laufen. Von über... Über Kopf. So. Wimschön. Jetzt aber hier. Es ist okay? Okay, wo geht hier hin? Ah. Putz-do pon die Brom bir teinter. Bist dabei tyranny? Die Brombein? Er. Na... Ne? Untertitelung des ZDF, 2020